Ich darf vorstellen, euer Champion. Geht das Weg, Signal. Dies aussieht, bin ich Jumpmaster. Das sieht dem Haus aber sehr ähnlich. Nein, das ist das nicht. Das war definitiv da, wo wir gerade waren. Ja, das war safe da, aber das Häuschen da war auch anders. Ja, das ist ja irgendwie neu gemacht. Manche Maps, ja hier irgendwo, keine Ahnung. Wir haben noch manche Maps remappt. Auch bin ich noch mal reworked. Ja, ja. Das habe ich dann einfach noch in so einem Patchnote gelesen. Aber dass das da weg ist, das wusste ich jetzt nicht. Oder generell, was weg ist, wusste ich nicht. Das ist unser bester Haus, ey. Na, das war voll Müll. Nein, da ging immer ab. Sorry. Ich leg hier eine R301 hin. Ich spiele lieber mit der 45. Ja. Na gut, aber die Spur können wir trotzdem noch suchen, ne? Ist auch immer guter Loot. Ist auch immer guter Loot, ja. Ring ist direkt um die Ecke. Noch 10. Irgendwo bei mir ist das. Irgendwo da oben auf dem Berg. Hört mal her, der Ring bewegt sich. So ein richtige Kacklocation hier. Ach so. Und ne goldene Scout. Und ne goldene Scout. Und ne goldene Scout. Scharfschützengewehr. Das Baby hat nen guten Abschlusswiderstand. Will die keiner, dann nehme ich die mit. Ich will die nicht. Die kann ich hier nicht liegen lassen. Da ist was. Hier bei mir. Ja. Hey, wo seid ihr? Ich bin doch hier. Ja. Liveline ist da, oder? Nein, die holt sich wieder. Oh, keine Unterstützung. Das ist ne lifeline. Ja, lifeline ist tot. Wie soll es sich wiederholen? Wenn die kein goldene Schild hat, dann macht die gar nix. Ja, die hat sich aber grad mit ihrem Ding wieder geholt. Ist auch von da. Ist schon ein Ding ans Totem, ne? Sollten wir nach Möglichkeit auch aktivieren. Ist gar kein Totem. Hinten alle. Ab ihn. Ja, schön. Hier ist noch was. Oh nein. Der, der, der. Der ist Schildcrack. Der ist überhaupt nicht Schildcrack. Der war grad bei mir Schildcrack. Der war grad bei mir Schildcrack. Ja, er hittet mich schon wieder. Ach, babe. Danke, dass du mich alleine lässt. Der ist da oben auch geklebt wie so ein Käfer. Ja, und ich bin hoch, um ihn zu finishen. Hier kommt noch was. Der ist noch irgendwo. Oben drauf. Wart jetzt. Ich kasse den einfach. Der ist so kacke. Weil der überall hochklettern kann. Das schaffst du nicht, wenn du kein Rivenner bist. Wart, Digga, er hieltet mich. Von wo, Digga? Ach. Du triffst den da oben nicht. Ich verblute. Schlittergranate unterwegs. Kann sie hinkommen? Ja, könnte ich ja. Ich fack mal an, ja? Ja, fack mal an. danke für ich nicht da kein thema ja du natürlich auch was ist das denn da vorne ich habe ein hp ich habe ihn sowas von ausgespielt wer hat mir hier mein goldenes einsatz wie sie rausgenommen ich glaube ich einfach genommen wo haben wir den typen augen benutzt ich habe mal reingeluschert er hat seine jetzt richtig glaubt mir er ist einfach mit der einstellung reingegangen dass er da ist das ist auch ich wollte ja eigentlich nur anfängen aber als ich dann genug zeit hatte dachte ich mir komme ich ziehe durch und ja ich dachte mir auch so kurz an oder mal mehr und mehr weil er sich bewegt hat deswegen habe ich gedacht doch gut da ziehe ich durch schick weg oben in der hütte trägt wir müssen jetzt kommen ja und nach der tür direkt ist durchgelaufen die folgen läuft noch ein team wir brauchen wirkungs treffer glaubt einfach durch das meine ulti die kommt da ja nicht weg ich weiß es nur warten machen hier der droht der droht ich weiß ich weiß ich habe zwar getroffen wir waren an der tür wie kann die kann jetzt eben durch das sauber war nicht so geplant ist weggeflasht ja ja wo wir sie hinflaschen vor allem das hält sie gar nicht aus nein nicht lange in der zeit wo die flash kriegt ihr ja auch tics wir warten einfach hier du musst ja hinkommen der geht ja auch gar nicht an was da unten meine muni ist leer die slow life hab sie auf stern aber die die das war lifeline da fehlt noch einer ja die watson oder ja die die lober ja ich werde angeschossen da hinten rotes schild ja das war die mit rotem schild ja gar kein problem hier schenk ich dir die flasht die flasht weg nach da sie ist direkt hier vorne sie legt mich einfach abziehen abziehen gar nichts übel alter durch das rote obwohl ich glaube das macht so viel schaden lasst reingehen steffen rush nicht so rein nein warte ich will nur einen richtigen moment abwarten ich glaube die sind gerade beschäftigt hier hier stand aber stellen runter die schicken stern nur noch der rote keine moni mehr ihr müsst weitermachen ich habe keine moni sie ist so gut dass ich hier runtergegangen bin an die kings im mord einer hier war mit kompärer ich krieg dich in der berühmung ganz ruhig